Ach ne, das war dann 18 mit dem Rad. Schwimmung, 180 mit dem Fahrrad und 42. Ach so was, genau. Auf jeden Fall die anderen, die hatten schon ihre, ne, die schlüsse zwei Bahnen. Und alle stürmten schon raus und sie auch, aber sie hat ja eine Bahn geschwommen. Also musste sie wieder ins Wasser und nochmal schwimmen. Und dann...